Hallo, herzlich willkommen, ich bin der Samtex Wookie und ich spiele Forza Horizon 2 auf der Xbox One und das ist ein Rivalenrennen, wir fahren mit Handschaltung, Traktion ist aus und Stabilitätskontrolle ist aus, mit Selberschalten, Kupplung und macht das Ganze ein bisschen interessanter, das ist ein Rivalenrennen, ihr habt nach jedem Rennen, werdet ihr gefragt, wollt ihr gegen den Rivalen fahren, probiert das mal aus, der Kollege wird dann, wenn ihr ihn schlagen solltet, wird ihr darüber informiert werden, dass ihr ihn geschlagen habt und wird dann versuchen, euch wieder zu schlagen, sodass das eigentlich eine ganz lustige Sache ist. Wir fahren mit einem Bulli T2, laut Spielangaben hat er 691 kW, das sind 961 Schlagmittruppe ist und er wird uns jetzt mal kurz überholen, da ist er, das Rennen werden wir trotzdem, wir gewinnen, ich glaube mit fast 5 Sekunden Vorsprung, der geht richtig böse. Der Kollege bleibt jetzt mal kurz ekt an, glaube ich und dann hat er keine Chance mehr. Ja, ich wollte euch bloß den Bulli zeigen, gespielt ist es auf der Xbox One, gefahren hat es der Taktlos Wookie und ja, das war's, würde mich über einen Kommentar freuen und probiert den Bulli aus, der ist richtig böse, der geht ganz gut, das war's schon, ich wünsche euch noch viel Spaß, ciao, euer Wookie. Das war's schon, ich wünsche euch noch viel Spaß. Das war's schon, ich wünsche euch noch viel Spaß. Das war's schon, ich wünsche euch noch viel Spaß, das war's schon, ich wünsche euch noch viel Spaß. Das war's schon, ich wünsche euch noch viel Spaß. Vielen Dank.